Pura-Hatmimismus, wir reiten weiter die Welle des Erfolgs, äh, mit dabei der Chris-Bro. Moptimismus. Moptimismus, die Svenja mien. Hallo. Oh, so klingt Optimismus. Der Dorn. Oh, und der Nico. Juuu, geh los. Ja, so klingt Optimismus. Ah, das wollte ich hören. Jetzt spiele ich auch besser, muss ich sagen. Es ist auch so ein bisschen Mental Training, sollte man noch nicht vernachlässigen beim Ballspielen. Ist mehr wert, als man so denkt. Zum Beispiel den Kill auf dem Vega. Jawoll. Jetzt habe ich gar keinen Schneeball mitgenommen. Ah, der Galio schon. Ich habe einen. Fang Svenja. Möchtest du mit meinem spielen? Den Sticker finde ich auch gruselig. Okay, wir drücken die einfach die ganze Zeit rein. Auch nicht schnell. Ausprachen. Oh, junges, weibliches Wesen. Bleib bitte du. Oh, oh. No. Wie soll das so? Ich habe sie alle im Taunt. Das gehört so. Ja, nice. Aha. Ja, ha. Ja, da ist der Phil. Ist der Rango noch gar nicht da, oder haben wir den einfach vermöbelt? Wir haben den vermöbelt. Sehr gut. Also irgendwie habe ich es mit dem Cage. Bei der Vega-Skin, echt nice of sie. Wo ist er? Der? Also der ist mega hässlich. Finde ich voll geil. Hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Das war jetzt gemein. Das war Mob-Dimismus. Ja, so ist der eigentlich nicht der Mob-Dimismus. Oh, Leute. Jetzt. Jetzt holen wir die Tower-Dive, oder? Ich nehme alles zurück. Oh, oh. Alter, kann der weiterspringen als sonst? Der überlebt das? Der muss hier. Der muss hier. Ich verstehe das mit dem Aussaugen noch nicht so ganz. Das musst du aufladen über Zeit, ja. Du musst aber gedrückt halten, aber ich muss doch nicht gedrückt halten. Nein. Das weiß ich nicht. Ich glaube, du musst die Münze drehen im Preis. Ja, das hat ja auch gehört. Der taunt. Aber mit oder gegen die Richtung? Also Uhrzeige. Ja, die Experten streiten sich. Und hassen diesen Trick. Ich hole mir mal ein Kreuz, ne? Ich komme mit. Geh so leid. Habe ich das jetzt genommen? Das tut mir leid. Ich hole da hin. Aber wir haben noch eins. Ja, dann nur ein Kreuz. Es ging durch den Mew durch. Nein, nicht in den Cage. Oh, Mann. Nicht in den Nikolas. Oh. So nicht, ne? Keiner vermöbelt hier meinen lieben Don. Verultet er mich, Alter. Was stimmt nicht mit ihm? Na ja, musste alles geben. Ja, war richtig, aber. Voll leer, ja. Hab ich aber leider nicht mehr abgesnackt bekommen. Schade. Also die sind AD, AP, AD. Oh, das ist ja ungünstig, könnte man sagen. Die haben sich ja einfach aufgetäult. Das ist ja gemein. Da hast du eh kein Geld für da, ne? Dann kaufe ich mir jetzt mal neue Schuhe. Was ist denn welche? Geil, jo. Ist eigentlich eine nice lady. Das sind relativ hohe Stiefel, muss man sagen. Laufstiefel. Also mit denen kannst du gut rennen, glaube ich. Kannst du das mal demonstrieren? Hatsch. Dann den Garen taunten. Wow. Ist das gewollt? Ja. Okay. Überlebst du das? Chris Bro? Nee. Chris Bro? Achso. War gut, zieht die Connection weg, glaube ich. Ja, läuft auch wieder. Jetzt sind wir wieder auf QS. Ja, okay. Das war jetzt nicht... Juhuhoooool. Weckst. Verdammt. Das hat er ja noch ganz gut gemacht. Ich wollte doch nur den Donnen beschützen. Ich glaube, der Garen hat keine Ulti mehr. Ach, könnte sein. Ich will da jetzt aber auch nicht rein, Chris Bro. Ich will da nicht rein. Ja, dann halt nicht. Ich will da nicht rein. Nicht der Chris Bro, ey. Er ist mit mehr Leben hier rausgegangen. Okay. Ich könnte ein Flash Taunt Engage machen. Ich mach das. Okay. Ich habe gehört, ich soll das machen, also. Ja, war doch gut. Je to die. Doppelkill. Ja, gut. Jetzt können wir vielleicht auch mal ein bisschen auf Resistenz nachden. So ein bisschen. Bloodbane. Ach ja, stimmt. Wie ist Narko Platt? Das war doch der Plan, boah. Ja, ich habe es schon wieder vergessen. Tun geladen. Qualitätsaufensie. Qualitätsaufensie, wie die chilligen Gamer. So eine Prada-Brenn-Spanse. Hier dürft übrigens auch immer noch Vorschläge ein. Ja, jetzt ist es noch nicht so weit, scheinbar. Ich bin immer noch nicht da. Wo bin ich denn? Verdammt lang, yeah. Verdammt lang. Ha, Schneeballtreffer. Alle drücken sich an die Wand, um der Ult auszuweichen, und es klappt. Oh. Oh. Ich habe sie alle betornt. Ja gut, das war es jetzt erst mal mit Mord und so. Das war auch ein Viertel, glaube ich, jetzt alles. Gefressen. Wie lange war ich denn gesilenced? Ja, war richtig lange. Das ist jetzt ungünstig. Ich fange ihn ab. Ach, das sind ja deine. Oh nein, ich lasse schon wieder. Zampag ist, geht es nicht. Ja, ich habe sie auch richtig, nee, gedotscht, aber geflasht wird noch besser gewesen. Äh, wollen wir das, Nico, oder wollen wir es nicht? Nee, wollen wir nicht. Ihr wollt es. Ja, okay. Vorbei. Im Busch ist es bestimmt noch irgendwas. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist doch schön wie ein Ringer im Busch. Ist nicht im Busch. Doch, ist er nicht. Aber im anderen Busch vielleicht. Entschuldigung, hier ist er. Okay, taunt es leider gerade raus. Der Geron fliegt immer so schön. Hi. Ich habe meine Flügelchen mitgebracht. Das war's. Oh Gott, oh Gott. Ja, dumm, ne? Dumm, dumm, dumm. Damarsch! Die Mietkante hat Damarsch! Gegessen. Ja gut. Löffel um ihn gekonnt, so. Habt ihr alles gemacht. Zum Nachtisch genommen, ne? Ja. Als Hauptkanal. Vorher ging nichts rein. Das ging einfach noch nix. Und mit vollem Magen sollst du ja auch nicht schwimmen gehen. Nee, eben. Hat Mutti immer gesagt. Oh, ist es festen? Stimmt das denn jetzt oder ist das ein Mythos? Der Strick? Er muss da hinlaufen, er muss da hinlaufen. Das ist ja ein Mystery. Wir haben mit Experten gesprochen. Stimmt es oder stimmt es nicht? Die eine Rocket vom Korki haben wir jetzt mal nicht gesehen. Sonst die andere, die haben wir auch nicht gesehen. Oh no! Der Garen, Leute, der Garen kommt. Der Garen kam, Leute, der Garen. Weg ist er. Weggelasert. Ja, kriegt ihr das denn auch weggelasert, das Problem? Aber klar. Easy. Easy. In deinen Jeezes. Kommt keiner. Zum Spielen. Mann ey, was für ein hässlicher Vega-Skin. Skandal. Skandal. Ich hol mal ein Lavin. Ich hol mal ja keine Dinger mehr an die Poros verfüttern. Ja, das ist auch schon der Lavin. Entschuldigung, Nummer 11. Ach doch, es geht doch Poro-Kekse. Ja, also wirklich. Brauchst du wieder die Zuschauer testen, ne? Wollen wir mal wieder einen platzen lassen? Der Poro-Feeding-Simulator. Der will meinen Keks gar nicht. Hä, was ist denn das jetzt für ein Schmuck? Abbild einer Vogelscheiche? Pauli will da einen Keks. So was kann der? Ja, ich will ganz acht Bilder von dir machen und in den Büsche stellen. Das ist ein Wort. Das ist ja interessant. Und was passiert dann? Dann halten sie das für Fiddle. Ja, genau. Dann macht er so was wie Ashy-Batch und dann... ...gegessen. Puff! Oh, was? Das hat er wohl doch nicht mit dem Korn. Genau. Easy, das läuft. Das läuft. Gesundheit. Oh no. Ja, das sah jetzt nicht mehr ganz so gut aus. Ja. Wow. Ich habe einen Bike-Ult. Wow. Ja, okay. Ich fress auch noch die Wege. Ja, Wege und die Mafia. Das höre ich doch gerne. Das tat mir jetzt auch nicht so gut. Soll ich die Cam draufhalten oder lieber nicht hinschalten? Äh, geh mal weg. Okay. Wir wissen nicht, was gerade eben passiert ist. Äh, Crispo. Kleines Fazit. Könnt mal killen. Ja, ich weiß ja nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ach so, es ahmt nur eine zufällige Aktion nach. Aber es hat keinen Schaden, wirklich. Ja, genau. Ja, aber ein bisschen stark, ne? Das ist schon cool. War witzig, ja. Oh shit, ich bin so boosted. Ja, du bist tatsächlich boosted. Oh mein Gott, ne. Boosted. Schade, dass er nicht wieder in den Tower kam. Oh, ist hier was drin? Hallo, Mieter Gätchen? Äh. Noch ein Piddle. Hahaha. Äh. War gar nicht. Oh, oh. Da ist ja noch jemand sehr boosted. Du wolltest nicht mit mir spielen. Ich hab ne Ult, ich hab ne Ult, ich hab ne Ult. Flattern. Rattern. Rattern. Ult, mittig auf die Lane. Und er überlebt das, ne? Ich krieg die Tine zurück. Ne, gut. Danke. Hat überlebt er nicht. Flash saved. Ja, Flash kill. Rettet alles. Rettet Lied. Nervt kaum. Ist das unser neuer Engage-Song? Ja, da, 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 da. Ja, das reicht jetzt diesmal leider nicht. Ja, da, 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 da. Alter, ich schnapp sie mir alle. Es ist Pyke. Chris Morse könnte dich, glaub ich, nicht retten. Meinst du? Oh, vielleicht schon. Der Luxemmisch war grad ein bisschen witzig. Ein bisschen niedlich. Ja. Mit Darya. Mit Darya. Ach so. Du darfst dich dann nicht bewegen. Nee. Du musst dann stehen. Ja. Du saugst doch, dann fährst du ja auf mit Saugen. Jeder weiß, dass das Schlimmste, was passieren kann. Ja, richtig. Experten hasst diesen Trick. Wichtig ist auch, dass du sagst Experten, ne? Ja, wieso jetzt? Hab ich nicht verstanden. Kannst du das erklären für die Zuschauer? Nee. Versteh ich jetzt nicht. Diese hässliche Wege, ey. Wenn der nicht so hässlich wäre. Ja. Oh, noch so ein hässlicher Champion. Alter, dieses... Gut, dass ich einen Tanky-Charakter spiele. Sonst fährst du ganz schön nervig hier. Gar nicht. So, jetzt reißen wir ein. Ich guck noch mal kurz aufs Niederboard. Ja. So sieht's aus, Freunde. So sieht ein GG aus. Wir reiten hier die Welle des Erfolgs. Ja. Genau so. Nicht schlecht. Ach so, ein bisschen Flex muss man auch noch. Ich hab nicht mal ein Abzeichen mit dem. Das ist schwierig mit Flex. GG. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Gutes Nacht. Wir kommen. Vielen Dank.